hallo leute willkommen zurück zu danger zockt hier auf dem dein craft server und was machen wir wir gehen blumen suchen und für alle die es interessiert der link zum server oder die ip die findet ihr in der video beschreibung weil ich letztes mal wieder gefragt wurde direkt unter dem video und wenn man runterscroll sieht man es eigentlich sofort egal so wir gehen zum zum portalhaus ich habe alles dabei soweit ja sieht gut aus ja ich glaube die muss ich noch sein buch wieder geben die zeitung die hat er mir mal ausgeliehen aber ich habe die noch nicht gelesen leider oh das ist direkt richtig genau die blumen brauche ich cool nur das wetter ist halt ein bisschen blöd gerade so naja da sind noch ein paar mehr braucht schon einige also mal sehen wir sind jetzt keine mehr am start schade aber dafür wieder wolle 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 gib mir mal die wolle oh das war aber nett da hinten ist auch noch ein skelett hatte ich ja im letzten oder vorletzten part weiß ich gar nicht mehr wie so ein scheiß skelett getötet weil ich einfach weil ich auf der farmwelt vergessen habe meine rüstung anzuziehen zum glück habe ich slash back befehl ich bin so froh dass das in der normalen also in der city bild nicht regnen kann mensch scharf im scharf wo ist das denn gerade explodiert hier neben mir hier krass voll der blitz eingeschlagen das war voll heftig ein bisschen kohle ich brauche auch pilze ich will fermentierte spinnen machen spinnenaugen und die dann mal verkaufen mal sehen was das gibt das habe ich auf jeden fall vor diesem part mal so ganzen loot und vielleicht auch die fische alle mal zu verkaufen und zu sehen was dabei rauskommt und dann werden wir auf jeden fall aber ich glaube es gibt einen shop der fische ankauft und dann gucken wir erstmal die preise die vergleichen wir dann wobei ich nicht weiß ob ich genügend fische habe überhaupt das werden wir dann sehen wo war das eigentlich ach hier gibt es doch bestimmt wieder nichts oder nö tiefer will ich jetzt nicht rein auch wenn es draußen regnet und hier so ein bisschen gemütlich ist der blitzt gerade heftig bam ach so gibt mich mal die wolle so aber diese blauen blümchen die sich jetzt gerade auch nicht mehr oder hühner hühner sind immer gut hüpft das schwert ich brauche auch zucker ne für die schmerz oh endlich das unwetter ist vorbei ah blaue blut die sind wahrscheinlich mehr so im wassernähe der ist aber ja ertragreich boah schubst mich da nicht runter du und scherch dich nur sondern töte dich was bist du für einer bist du ein wasser-zombie ach Punkte ich hasse das beim wasser ne dieses ewige gebagge kann jetzt nicht oh Kühe und hier haben wir auch Pilze sehr nice so die brauche ich ja noch für mein VIP-Grundstück ich weiß gar nicht wie viel Pilze ich eigentlich hab aber die brauche ich auch gerade mal ich weiß gar nicht ob man das Spinnenauge auch mit den Pilzen machen kann also mit den Fliegenpilzen und hier hatte ich doch einen gesehen denn die gönne ich mir auch ja drei Schläge hat der ausgehalten normalerweise ist er bei zwei immer weg wo ist der andere oder die anderen beiden da sind noch welche super cool hier wäre auch noch Ton aber ne da habe ich jetzt kein Bock so ich gehe mal da hinten in die Richtung so hier haben wir noch Pilze das ist so nice 19 Orchideen habe ich wird wahrscheinlich nicht reichen ich brauche auf jeden Fall noch viel mehr das könnte schon über einen Stack sein was ich brauche ich habe ja auch noch nicht mal unten gesetzt siehste kann sein dass ich da dann meine Grasblöcke auch wieder rausnehme aus dem Shop da hast du nur davon bleib halt stehen soo soo geh weg no hier ist auf jeden Fall noch massig Pilze sind massig Pilze und blumen ich muss das jetzt auch hier erstmal durchziehen wenn ich jetzt sage okay ich weiß es sind nicht genug aber ich will erstmal wieder rüber gehen schon mal das nutzen was ich habe dann finde ich wieder keine weißt du deswegen mache ich das jetzt richtig voll das Inventar nutze ich jetzt aus und das ist ein Nebeneffekt hier ups vor allem erst eine drüber gebraten und dann geschoren okay das war die Schere das brauche ich nicht so wie viel ist es denn jetzt aha das brauche ich immer noch nicht zufällig zwei Eisen habe ich nicht dabei schade keine Ahnung wie ich da drauf gerade gekommen bin das nehme ich auch mal mit ich weiß nicht wie viel ich davon jetzt zu Hause habe achso hallo so nervt das ey das ist so richtig nervig penetrant boah es sind noch so viele Schafe könnte ich eigentlich set home scharf machen huiuiui so ich glaube das reicht ich hoffe es da war so ein bisschen Zuckerrohr nehme ich aber noch mit na aber gibt es denn noch was hier da haben wir noch was oh die nehme ich auch noch mal mit hier weg da gibt es eine auf den Hintern popo klatscher bam so und hier jetzt machen wir noch mal kurz home lava denn ich habe ja noch den leeren Eimer mit ähm home lava hallo ey ist die Farmwelt resettet wo ist denn hier das das lava becken das lava becken was ich hier hatte oh hier sind auch viel Schafe bei home lava cool wurde das echt resettet wäre doch viel zu früh kann ich mir kaum vorstellen hallo so egal dann gehen wir erstmal zurück so Grundstück da packen wir den leeren Eimer erstmal dahin ah kann ich ja eigentlich mitnehmen das dahin oh Zucker habe ich echt nicht so viel 29 Spinnenaugen komm bitte gib mir noch ein bisschen Zucker wenn dann will ich jetzt alle verkaufen dann hole ich mir noch was direkt bei den Kühen ist halt gut fürs Leder wobei Leder ist eigentlich relativ voll momentan noch in meinem Shop halt wo rennst du denn hin so wo haben wir denn hier Wasser warte mal da waren wir noch gerade ist denn hier irgendwo sowas gewesen so ein bisschen Zucker noch Zuckerrohr da hinten ist noch was brauchen 29 Stück hui guck mal oh hier sind viele voll gut gib hat er's jo hat er und nach oben seltsam ich brauche aber noch ein bisschen Zuckerrohr deswegen bin ich gerade hier eigentlich oh Eisen ich gucke mal da vorne um die Ecke dann verkaufen wir beim nächsten Mal erst 24 so ja komm schon 25 wären das hab ich da noch was gesehen oder ne das ist die Blume ah doof da war noch was 26 boah jetzt zähle ich's einzeln weißt du da hinten 27 hier nicht hallo immer bei dem Wasser ne warum ist das so hä wo ist der hingefallen da da ist nix da ist aber noch ein Tintenfisch na lol wie spät er erst verreckt ist komm kannst du gleich schwimmen weiß einer woran das eigentlich liegt dass man in dem Wasser so blöd zurückgeportet wird vielleicht weiß das ja jemand von euch und hier ist gerade echt nix ich hoffe da um die Ecke geht's weiter und hier ist Sackgasse hm lol was machen die denn für Geräusche ich hab mich gerade erschrocken ey was kommt denn jetzt auf mich zu ja was denn jetzt schon wieder ich laufe hier durch die Schlucht und am Ende der Schlucht geht's weiter ne das war's mit Wasser mal gucken was ob's dahinter weiter geht da bin auch nie so ne Schlucht hier durchgelaufen oh jetzt ist Sackgasse hier föt ne da geht's weiter überall noch coole Höhlen ey oh geil perfekt das hat sich gelohnt reicht jetzt auf jeden Fall so rum aber das machen wir dann doch erst im nächsten Part das ganze Zeug zu verkaufen und äh an der Stelle danke ich fürs Einschalten gebt mir einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Part haut rein bis dahin tschüss ein